Hallo und herzlich willkommen zu BeamNG Drive, einer neuen Folge hier auf meinem Kanal. Und es ist Mittwoch, der Dezember, 21. Nein, natürlich nicht. Das ist hier wahrscheinlich die letzte Nachricht, die es gab von BeamNG Drive. Ich weiß nicht, ob die Entwickler noch was machen. Ich habe keine Ahnung. So, Freeroam, Quickplay, da kann man... Career coming soon, geht nicht. Quickplay kann man voreinstellen, was man denn für eine Strecke fahren will. Aber... Hm, machen wir jetzt nicht. Ähm, ich würde gerne mal eine Kampagne machen. Driver's Training, Senseless Destruction, A Rocky Start. Hm, machen wir mal Driver Training. Difficult, Date, Autor, Players. Das sagt mir gar nichts. Was ist Date? Was ist Autor und was ist Players? Ach, hier steht's. Nee. Difficult, Easy. Sort by Difficult. Ach, jetzt. Ah. Sort by Date, Sort by Autor, Sort by Players. Okay. Das ist in Ordnung. Difficult, Easy. Autor, BeamNG. Creation, Februar 2016. Machen wir mal Driver's Training. Ich weiß nicht, was uns da erwartet. Hab ich den Timer gestartet? Nein, hab ich nicht. Jetzt hab ich den Timer gestartet. Kein Problem. Shoveling Dirt. Es wird, der Dreck wird geschaufelt. Und jetzt passiert gar nichts mehr. Und da sind wir auch schon. Training 1. It's Acceleration and Braking. Welcome to the EDK Driver Experience Center. My name is Mike. Moment. Mike redet anders. So. Wie redet Mike? Welcome to the EDK Driver Experience Center. My name is Mike. And I'll be your instructor for this course. Let's start out nice and easy. All you have to do is accelerate. And then stop before you hit the berries. Make sure you break when you reach the Stomp Signs. Start. So. Gas geben. In einem süßen, kleinen, was auch immer. Und dann bremsen. Was wird zum stehen kommen. So. Ich würd sagen, sind wir drin? Success! So you can drive like a pro in a straight line. Let's see how you do in the corners. Platz 3 nur. Okay. Jetzt muss ich hier. Oh, jetzt muss ich mit der Maus auch noch. Mit der Maus bemühen. Plug in several Controllers and play with your friends at home by opening any of the multi-seat Scenarios. Nein, mach ich nicht. Spiel alleine. Mach mein Let's Plays alleine. In the unlikely event, that the road is not straight, you may need to stop accelerating and use your car steering wheel. Try it here on the rubber round, on the roundabout, but watch out for the slippery area. Oh, slippery. Steht sogar dran. Sehr schön. Ist aber gut. Die Dreid. Was ist Dreid? Oh, geht schon los. Und Vollgas. Hier. Erster Gang. 40 kmh. Und jetzt ist es slippery. Wir haben den ersten Checkpoint gerade so gekriegt. Und hier gibt es noch mehr Kurven. Und noch mehr Kurven. Checkpoint 3, 4, 3. Wo ist der? Ach, das war es schon. Nice turn. It's time to get you onto a proper road now. Oh, schön. Dann gehen wir auf eine propere Straße. So wie er es meint. Ich versuche es. Nein, ich versuche es nicht. Aber. Oh, so ein BMW-Ding, glaube ich. So, mal gucken. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Oh, oh, oh. Bisschen weit rausgekommen. Macht nichts. Ja, ja, weiter. Oh, die Zeit rennt. Oh, oh, die Zeit rennt. Was? Ein Prozent? Geschädigt. Macht doch nichts, oder? Oh, zwei Prozent. Oh, 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 oh. Puh. Clockwise. Success. You finish the course all through. I won't exactly call the ETK 800 a challenge to drive. I wouldn't exactly call the... Na ja. Nee, eigentlich nicht. Wieder nur Platz 3. If your vehicles get stuck, press insert to recover it. Ja, haben wir schon öfters probiert. Und R habe ich auch schon probiert. Ach du Scheiße. Changing lanes at highway speeds requires a gentle hand on the steering wheel. Do you have what it takes to control an AT Supercar? Weiß ich nicht. Sehen wir dann. So. Vollgas? Oder nicht? Ja, Vollgas. So. Wo genau war da jetzt das Problem? Success. Ich bin aber kein Beginner, Mann. Ich habe Stufe 2 erreicht. Oder mit Gang 2 abgeschlossen. To learn more about the engine simulation, you can add the Engine Terminal Debug App at the EUE. Corner speeds. Training 5. You can take just any corner at any speed. Stick to the speed limits on the signs to guarantee your success. To guarantee your success. 40, 50. 60 Meilen und so weiter. Wahrscheinlich immer im Kreis. So. Ich habe aber leider kmh dran stehen und keine Meilen. Daher. Keine Ahnung. Aber das war glaube ich schon gar nicht schlecht. Der Turbo, wie er ausbläst. Warum ist mein Car... Oh, zu 27% damaged. Gerade eben war mein... Warum? Nur wenn ich lenke? Warum geht da das Auto kaputt? Wüsste ich gern. Äh, warum geht mein Auto während der Fahrt kaputt? Äh. Was mache ich falsch? Ich mach doch gar nichts. Ich lenke doch nur. Und mein Auto wird immer schrottiger. Okay. Hm. Mit einem kaputten Fahrzeug. Success. Good job. I see you've grasped the concept of managing speed while cornering. Grasped. 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 Hm. For long relaxed trips on a highway you can add a cruise control EU app. It works. It works. Was? Irgendwas. Easy circuit. I've set up a circuit for you to practice what you've learned. Should be pretty easy. Two laps no surprises. Ich glaub nicht, dass da keine Surprises am Start sind, aber wir sehens. So. Okay, okay. Oh, 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 oh. Die Karre, die ist ganz schön. Uh, uh, uh. Oh. Failed. This guy is going to need some serious reproach. Look. Hm. Let me try. Ja, ja. Ich pass besser auf dieses Mal, okay? Gut. Mit dieser Musik. Also, da kann man ja nur heizen. Heizer Musik. Oh, oh, oh. Pam, 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 pam. Ah. Ah. Meine Fahrskills. Der Teufel hat sie gesehen. Ah. Ja, was ist denn das hier? Schmierseife oder was? So. Zwei Runden hat er gesagt, ne? Ui, ui, ui. Okay, ich muss deutlich vor den Korren runterbremsen und sobald ich dann einschlage, kommt der Arisch. Okay, die Runde wird sogar noch besser. Ich muss da auf den Taschen rumhaken, wie ein Irrer. Auf den Lenkungs- und auf den Gas- und Bremsungstasten. Auf den Ackerlatt- Accelerate- und Braking-Taschen. Ey, das sind doch schon zwei Runden. Was ist los? Ah, success. Well done. You've passed the basic component of this course. Now we can move to some more advanced driving techniques. Techniques. Okay. You can save the vehicle from home and later restored with home. Was is home? Ich hab doch kein Home-Button. Wo ist hier ein Home-Button auf der Taschatur? How do you turn the car around quickly in a tiny place? Pull the handbrake to slide round a hairpin. Just like in the movies. Ja, der ist bestimmt so einer, der sich hier die Action-Movies anguckt, dann sabbernd davor sitzt und denkt, ah, Eulex. Geil. Okay. Oh, mit der Kiste hat die überhaupt noch eine Bremse. Ja, ich probier's mal mit so fast halb Vollgas. Oh je. Noch geschafft. Ich muss sagen, das sieht ziemlich cool. Ja, hat dir gefallen, ha? Du kleiner Hengst. Light-Bars in emergency vehicles can be toggled with M. Ja, zu viele Taschen. Ich würd's gern machen, aber zu viele Taschen muss ich mir da merken. A slalom course is a hard thing to master. Get a feel for the weight of the car as you have between the cones. As you wave between the cones. Ah, das, äh, ergibt auch mehr Sinn, ja. Ähm, das Gewicht des Fahrzeugs. Quasi wie es hin und her schlabbert. So gut. Ich würd's sagen, eins, oder? Perfekt. Success. Well done. Oh, drei nur. You dodged those cones like a pro. Ja, und warum krieg ich da nur eine drei? Warum nur 276 von 1000? Was soll das? Ich will mehr. Ja. Wenn dein Vehikel mit Fog-Lights geäußert ist, kannst du sie mit Alt und Innen togeln. Und was denn noch alles? Und das und das und Cell und jenes? Kann sich kein Mensch merken. Training 9. Rear-Wheel-Drive-Handling. The Buckle Moonhawk handelt like a boat. So if you can finish a lap of this circuit first try, you're doing better than most of my students. Ach so, wenn ich's auf erst der... Okay. Naja, gut, dann. Wie ein Boot. Oh ja, ich merk schon. Oh ja, oh ja. Oh, 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 wo willst du hin? Ich glaub, da benutze ich wohl ein bisschen mehr die Handbremse. Oh, 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 der will raus. Da kann man überhaupt gar nicht riffen mit der Kiste. Oh, 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 oh. Und die Zeit, sie entrinnt mir zwischen den Pedalen und da ist sie auch schon weg. Fehler. Wo ist denn das? Ah, da vorne ist, glaub ich, das Ziel. This car has a V8 engine with plenty of power. Use it. hab ich doch gemacht ich hab doch Gas gegeben wenn mir der Arsch weg geht was soll ich denn noch tun zu hier bremsen und schon kommt er gar nichts 7% Spiegel ist sogar noch dran Spiel lügt oh 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 ja 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 ah nee komm watch those cones remember this car doesn't quite handle as well as some of the others you've driven ja 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 quatsch kein lachs hier also bremsen und dann einlenken geht bei dem Kahn überhaupt nicht sprich vielleicht einfach vom Gas gehen und rollen lassen mal kurz bremsen antippen ja und dann kommt er auch schon und knallt in die Wand rein this car is definitely going to need some work done before it's drivable again hätte ich gern angeguckt das wird ja wohl zu schaffen sein na also Leute Lossi Lossi Ossi reiß dich am Riemen so jetzt aber diesmal aber ganz ganz piano keine keine eis hütchen umnäten eis hütchen eis hütchen oh 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 so sieben sekunden zwei sekunden eine sekunde nein 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 verdammt verdammte 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 scheiße ja jetzt aber verdammt wegen so ein paar verquetschten kackfurt stückchen sekunden ok hier in dem abschnitt war ich jetzt etwas schneller ist gut bisschen die Kurbel schneiden wird ja wohl erlaubt sein also kein hütchen umnäten nicht gegen die Wand fahren ok nein oh 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 jetzt 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 Gas 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 3 2 1 Ja und da du BAM Puh Great job you are really getting the hang the hang of this hm ich bin halt ein Profi So, was, did you know, you can drive and fire a cannon? Was? Oh. Training 10, Advanced Cornering. You made that last course look too easy. So you've set up, so I've set up a circuit with four of the most difficult turns I could think of. Ich könnte dem auch einen leicht mexikanischen Touch verpassen. Good luck, you're going to need it. Oh ja, das geht. Oder auch nicht. Nasty crash there. You're okay? Looks like the cars are out of action. Retry. Ja, kennen wir schon. So, mit 1,3 Bar Ladedruck. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Den Kurs ein bisschen verlassen scheint nicht allzu schlimm zu sein. Aber in die Wand einzuschlagen scheint allzu schlimm sein. Deswegen, oi, 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 oi. Deswegen, oi, 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 oi. Nicht in die Wand einschlagen. Don't hit the walls. Ja, 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 wie eng denn noch? Bist du bescheuert? Hör doch mal auf. Äh, hab ich doch schon, oder? Ja, bin ich durch. Success. I'm amazed you did it. Now let's finish off this training course with something fun. Oh ja, das ist doch schön. Ja, ja, ja. Spaß, Spaß ist gut. Time to fun. Time to fun, meine Freunde. Cars with stability control can switch to more dangerous but fun modes using Zdrl und Kuh. Oh, was jetzt? Drifting. Well, wrap things up with a short drift session. You will need to use a manual transmission for this test. Stay in second gear for the best driving results. Slide the car sideways to store as many points as you can within the 60 seconds time limit. Use X and Z to shift gears. X und Z. In meinem Fall X und Y, weil Deutsch tastature, ja. Okay. So. Zack. Zweiter Gang. So, ja, das geht doch hier so. Ach, ich hab hier einfach nur... Einfach 50 Minuten lang Spaß haben. Äh, 50 Minuten. 50 Sekunden lang. Keine bestimmte Vorgabe. So, jetzt will ich das mal hier. Jetzt ist er wieder im ersten, oder? Ja. So, ich kann hier gar nichts machen mit X und Z. Davon mal abgesehen. Ah, der kommt schon ziemlich hart rüber, immer. Oh, ich hab ein Cone-Plug gemacht. Oh, ich hab ihn noch dabei. Als Geschenk. Für meinen Fahrlehrer. Der mein Auto ohne Cone-Flügel und ohne Lichter gibt. Failed? Okay. Okay. Ich dachte, das wird zum Spaß haben. Jetzt muss ich auch noch... Ja, gut. Oh, da war noch Qualm auf der Strecke. Okay, wie mach ich das jetzt am besten? Mal ein bisschen Sprung holen. Ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen. Das geht doch gar nicht. Der kommt sofort. Jetzt steht da dieser blöde Strohball im Weg. Okay, da ist ein ganz schmaler Grat, wo man ihn noch fängt. Der ist sehr schmal, der Grat. Ja, 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 ja. Schmaler Drift. Wenn ich hier in die Innenansicht... bringt das mir. Oh, ich hab's hingekriegt. Great job. You painted that skill pad with rubber. You score 631. Okay, finish. Driver training success. Ja, eine stabile 3. Eine solide 3. Ist in Ordnung. Kampagnen. So. Hätten wir geschafft. Ist jetzt auch mal wieder Zeit für eine kleine Folgenpause. Darum sag ich. Leute, seid nicht traurig. Wartet bis morgen. Dann gibt's auch schon die nächste Folge. Bis dahin. Macht's gut. Und seid wieder dabei, wenn's heißt. Time to fun. Hab ich in den letzten Folgen vergessen zu sagen. Ist nicht schlimm. Sag ich's jetzt. Dreimal hintereinander. Time to fun. Time to fun. Time to fun. Bis dahin. Ciao. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.